Hallo, wir sind Helen und Lenya und backen heute Muffins. Als erstes müsst ihr 200 Gramm Mehl in eine Schüssel geben. Danach 2 Esslöffel Backkakao. Und ein Päckchen Backpulver. Und noch 2 Eier. Zunächst müsst ihr 150 Gramm Zuckerheat zufügen. Und ein Becher Naturjoghurt. Und 250 Gramm sehr weiche Butter. Dann müsst ihr alles vermixen. Als nächstes könnt ihr die Förmchen in die Förmchenform tun. Und den Teig hinzufügen. Und das sah ein bisschen komisch aus. Jetzt könnt ihr die Muffins in den Ofen tun. Und auswählen, für was das ist. Wenn die Muffins fertig sind, könnt ihr sie dekorieren. Und mit Deko bestecken. Als nächstes haben wir eine Tombola gemacht. Und dort sind wir zu einem Seniorentrepp gefahren, für das wir die Muffins gebacken haben. Und dort haben wir sie schon verteilt. Sie waren alle sehr nett und hatten verschiedene Gründe, warum die dorthin gehen. Entweder weil ihre Männer gestorben sind, oder weil sie einfach sehr einsam sind. Das fand ich sehr traurig. Dann haben sie sich lose gezogen, womit sie ein Romete gewinnen konnten. Die haben sich alle sehr gefreut. Das war die Gewinnerin und sie hat sich sehr über das Gemüe gefreut. Wir wollten ihnen noch Tattoos machen. Und das sind ein paar Bilder, die sie selbst gemalt hatten. Ich finde, sie sehen sehr schön aus und sind sehr gut geworden. Und das war's auch schon mit unserem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss! Und dort sind noch ein paar Einzelnen.